Heute Vormittag ist es in der ganzen Schweiz noch sonnig und warm. So lässig. Gegen Mittag dann wird er schnell kühler und es fehlt an vielen Orten Schnee bis in die Niederungen. Was? Am Nachmittag ist im Flachland mit heftigen Regenschauen zu rechnen. Und am Alpenkamm sogar mit starkem Hagelschlag. Hey, hallo! Au, und da hat's Rato! ... mit halbzorkanartigen Sturmböen. Ah, Hilfe! Immer das aktuelle Schweizer Wetter am Fernseh! Sie, das hat es möglich mit Ihren Angstgefühlen! Danke für die Anwendung! Bitte, Pilag!